Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, die grüne Position zur Drogenpolitik, insbesondere im Bereich Cannabis, ist klar. Wir haben im Bundestag ein Cannabiskontrollgesetz eingeführt und Sie sprechen mit Ihrem Antrag in der Tat Wertungswidersprüche an. Denn in der Tat ist es richtig, dass der Nachweis von THC erst einmal keine Rückschlüsse auf die Fahrtauglichkeit zulässt. Und diese Wertungswidersprüche müssen aufgeklärt werden. Diese Wertungswidersprüche müssen ausgeräumt werden. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen, auf denen das geklärt werden muss. Was ich aber sehr bedauere und was Ihr Vorhaben hier sehr durchsichtig macht, Sie bringen einen Antrag ein und als Antragstellerin verweisen Sie ihn in drei Ausschüsse. Feder für den Innenausschuss, den Verkehrsausschuss und den Rechtsausschuss. Und es ist in keinem Ausschuss wirklich inhaltlich ernsthaft über das Thema gesprochen worden. Sie haben, das macht es aus unserer Sicht sehr durchsichtig, dass es Ihnen da nicht um die Sache ging, sondern dass es Ihnen darum ging, hier eine Show zu veranstalten. Und an der werden wir uns natürlich nicht beteiligen. Das trägt nicht dazu bei, dass wir hier eine praktikable Regelung für Konsumentinnen und Konsumenten finden. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Vielen Dank.